Ja, liebe Leute, wir sind heute im Thai-Cross-Fit Gym mit Dennis Bacciak und der Dennis kämpft seinen ersten Profi-Boxen-Kampf am 11.11.2023 bei der 11. Volkswagen Fight Night in Amstetten. Dennis, ihr habt uns heute eingeladen zu einem Profi-Sparring. Wie war das Sparring heute für dich? Also, als allererstes danke an den Boxen-Prients, dass ihr gekommen seid. Es war ein super Sparring von talentierten Boxern. Wir haben gut gearbeitet, waren gute Runden. Noch zwei Wochen haben wir. Wir sind positiv eingestellt auf die nächsten Wochen und wollen halt dem nächstes, das beste Woche wahrnehmen. Okay. Erster Profi-Fahrer, wie läuft die Vorbereitung? Die Vorbereitung heute war gut. Ich trage mich immer mit guten Leuten. Ganz so Dank. Jetzt seit zwei Wochen ist es sehr intensiv. Noch zwei Wochen haben wir. Davor war ich auch im Training, also ich bin optimistisch. Seit wann bist du in der Vorbereitung für diese Fight Night? Seit fünf Wochen. Seit fünf Wochen. Ja, seit fünf Wochen. Beim Gegner kennst du die Fight Night Gangster? Hast du den Gegner schon analysiert, studiert? Kennst du seine Schwächen, seine Stärken? Ein paar Videos habe ich gesehen. Er sagt es nicht schlecht. Er hat es erfahren. Er hat schon 16 Profikämpfe. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut, aber ich habe ein paar Lücken gesehen. Die wir natürlich nicht verraten werden, ja? Natürlich nicht. Die werden er dann kennenlernen, oder? Genau, ja. Die Lücken werden wir versuchen dann auszunutzen und dementsprechend das beste Outcome in diesem Kampf rausfahren. Sehr gut, sehr gut. Den ist erster Profikampf. Der 11.11 ist ja nur eine Zwischenstation. Es soll ja dann weitergehen. Wohin soll die Reise gehen? Es ist der erste Schritt auf einer langen Weise. Mein Horizont ist ziemlich groß. Ich hoffe, dass ich es weiter schaffen kann. Mit meinem Team, mit meinem Coach. Wie lange bist du schon wieder im Amateurbereich? Du hast sicherlich auch einige Amateurkämpfe gehabt. Zu Boxen habe ich begonnen 2017. 2019 habe ich dann meinen ersten Kampf bestritten. Letztes Jahr habe ich dann mit einem Amateurboxen begonnen. Ab Siebenkämpfe bestritten. Wurde der Westreich schon neulichsmeister. Und habe dann das Gym gewechselt und mache jetzt den ersten Schritt zum Tor. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also du bist vorbereitet, ja? Wir freuen uns sehr auf dich. Am 11.11.2023 bei der 11. Volkswagen Fight Night in Amstetten. Leute, wir haben noch ein paar wenige Restkarten, ja? Wir haben noch ein paar Sitzplatzkarten, noch ein paar Ringplatzkarten und auch ein paar VIP-Karten. Aber alles nur, weil noch Restbestände. Deswegen schnell die Karten kaufen. Wir können sie auf deiner Instagram-Seite kaufen, die lautet wie? Trudenung. Trudenung. Sehr gut. Oder ihr könnt euch die auf Boxclub-Linz, könntet ihr auch noch kaufen. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr den Dennis tatkräftig unterstützen würdet. Wenn ihr dabei seid am 11.11.2023 bei der Fight Night in Amstetten, 11. Volkswagen Fight Night in Amstetten. Leute, seid dabei und lasst euch diese Profikämpfe nicht entgehen. Wir freuen uns auf eure Kommen. Danke. Danke. Danke! Danke!